Sie sind hier, 15. Juli 2018, 22.27 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern Der deutsche Golfer Marcel Siem konnte auf der Europa-Tour in Goulain, Schottland keinen Erfolg feiern Urheberrecht Getty Images Der deutsche Golfer Marcel Siem hatte nach 3 Runden gute Chancen auf den Sieg in Goulain, Schottland Am Ende baut er merklich ab, ein Südafrikaner gewinnt Der deutsche Golfer Marcel Siem hat seinen fünften Sieg auf der Europa-Tour im schottischen Goulain klar verpasst Der Ratinger, der nach der dritten Runde noch aussichtsreich auf dem geteilten zweiten Platz gelegen hatte, beendete das Turnier nach einer 70er-Schlussrunde am Sonntag auf dem geteilten 14. Platz Brenton Stone sicherte sich nach einer überragenden letzten Runde den Sieg bei dem mit 7 Millionen Dollar dotierten Turnier Der Südafrikaner kehrte am Finaltag mit einer 60-10-Schläge unter dem Platzstandard ins Clubhaus zurück und gewann damit seinen dritten Titel auf der Tour Deutschlands Topgolfer Martin Keimer, Madman, war am Cut gescheitert, wie auch Maximilian Kiefer, Düsseldorf Das Turnier in Schottland gilt als Generalprobe vor den Britisch Open in Canusti, die am Donnerstag starten Europa-Tour in Goulain, Schottland, 7,0 Millionen Dollar, Paar 70, entstand 1 Brenton Stone, Südafrika, 260 Schläge, 70, 64, 66, 60, 2 Eddie Pepperell, England, 264, 67, 63, 70, 64, 3 Lukelis, USA, 265, 63, 69, 69, 64 Trevor Immelmann, 265, 68, 64, 68, 65 Jens Dantrop, Schweden, 265, 64, 65, 68, 68, 6 Thomas Peters, Belgien, 266, 68, 68, 64, 66, 66, 64, 66, 68, 68, Ryan Fox, Neuseeland, 266, 67, 68, 63, 68 U. A. 14 Marcel Siem, Ratingen, 268, 66, 67, 65, 70, am Cut, 136, nach 2 Runden U. A. gescheitert Martin Keimer, Mettmann, 139, 69, 70, Maximilian Kiefer, Düsseldorf, 148, 71, 77, lesen Sie auch 31 unter Paar. Koreanerin stellt ihren Rekord auf.